So Dalla, beim Namen habt ihr uns geholfen. Copperfield it is. Ein bisschen was gesehen habt ihr schon, aber natürlich die volle Pracht unseres diesjährigen Herbstkucklers seht ihr erst heute. Jo, also vielen lieben Dank für eure Teilnahme bei der Namenswahl. Wir haben uns echt sehr abgehaut über die unterschiedlichen Namensgebungen und waren uns aber gleich bei Copperfield ziemlich einig, dass das der Name sein wird. Jo, zur Info für euch, es kommt aus Italien, der Stoff 92% Baumwolle, 8% Polyamid und ihr seht hier, das ist mir ganz wichtig, das ist Gräsch, ein warmer Ton, es ist kein kaltes Grau. Ihr seht es auch gleich, wenn ich jetzt zum Beispiel den Shades of Grey Bindegürtel dazu halte, die helle Seite, seht ihr den Unterschied. Also das ist ein sehr warmer Ton und ist mit einem Grau, mit einem Grau wie unser Shades of Grey eben ganz deutlich zu unterscheiden. Im Gegensatz dazu, vielleicht ganz cool für euch alle, die unsere Pannacotten kennen, die eine Seite von unseren Pannacotten ist ziemlich exakt die Seite vom Copperfield. Was wichtig zu sagen ist, ich habe das da jetzt mit unserem kupferfarbenen Clip an, es kommt aber auch so ein warmer Gräschton mit dazu und zwar ein 35mm Clip. Beim Kugler und beim Kugler Plus, ja, es gibt beide Varianten. Ihr seht es jetzt zum Beispiel hier, das ist der hellgraue Ton und das ist der Gräschton, der da dazu passt. Der ist ein bisschen wärmer, seht ihr den Unterschied, vielleicht macht die Theresa da noch eine Nahaufnahme, ja, dann seht ihr den Unterschied. Der warme Ton ist dabei, ich habe da jetzt den kupfernen 35mm in Lang noch an. Und jetzt kommt noch eine Information, genau, bei uns ist es so, wenn Stoffe zu uns kommen, wenn wir Kuglers verarbeiten, dann werden die direkt von der Rolle so runtergeschnitten, ja. Also die Rolle liegt da, der Stoff kommt runter, wir schneiden die Armlöcher rein und die Stoffbreite wird voll genutzt. Damit haben wir halt nur ganz wenig Stoffreste. Bei diesem Stoff ist es so, dass die Stoffbreite ein bisschen kleiner war, das heißt, die Nutzbreite hat sich auf 1,38,5 circa reduziert. Das heißt, normalerweise sind unsere Kuglers plus minus 140cm und der ist zwischen 1,5 und 2cm in der Breite schmäler. Dies aber natürlich aufgrund der Dehnbarkeit der Kuglers eigentlich, seht ihr, der macht das sofort wett. Es ist ein super warmer Farbton, super weicher Stoff, super kuschelig für den Herbst. Und jetzt kommen noch Breaking News und zwar, meine Lieben, erstmaligst in der Geschichte von Kugler haben wir nicht nur das Kugler, sondern auch zeitgleich unser super geil zweifarbiges Stirnband und Bindegürtel für euch fix und fertig griffbereit. Das heißt, ihr könnt direkt das ganze Set euch checken bei uns. Ich hoffe, ihr seid glücklich. Wir haben eine volle Freude mit dem ersten Kugler-Ton und wünschen euch einen wunderschönen September. Bye, bye!